Moin zusammen Freunde. Wir müssen über die Situation sprechen, dass ja ab dem kommenden Jahr voraussichtlich, wenn das Gesetz so kommt, wie es jetzt Robert Habeck umdenken haben möchte, das Heizungsverbotgesetz, dass nur Heizungen mit 65 Prozent mindestens aus erneuerbaren Energien betrieben werden dürfen. Und es wird ja die sogenannte Technologieoffenheit von der FDP ganz stark gefordert und alles. Aber wie soll das eigentlich im Konkreten aussehen? Das ist dann zum Beispiel eine Heizung, die über Wasserstoff läuft. Es gibt ja noch nicht mal die Vorräte dafür, die Heizungen dafür etc. Also da sind sehr, sehr viele Fragen offen. Und zugleich kommt jetzt dies raus. Zahlreiche Experten sagen nämlich hier, wie es bei e-fahrer.com heißt, Experten sind sich sicher, klimaneutrale Wasserstoffheizungen sind Scheinlösung. Und dann heißt es, sowohl von Öl als auch Gasheizungen dürfen wir uns kommendes Jahr wohl verabschieden. Es gibt aber einen Sonderfall, Gasheizungen, die mit Wasserstoff betrieben werden. Die Experten sind von dieser Ausnahme jedoch wenig überzeugt. Und dann heißt es hier nämlich ganz genau, denn mit Wasserstoffheizen geht nur dann, wenn der zuständige Gasnetzanbieter das auch eingeplant hat. Kann mir jemand in den Kommentaren einen Anbieter nennen, der das wirklich geplant hat? Also in meiner Suche und Recherche habe ich dazu nichts Konkretes gefunden, dass das Wochenende beim Einmalzigen gemacht wird. Und deswegen, ich bin fest überzeugend, das sage ich ja schon seit Monaten, das ist nur ein Scheinargument, diese Technologieoffenheit hier zu fordern von der FDP aus. Es muss also erst einmal ein Wasserstoffanschluss vorhanden sein. Zusätzlich rechnen die Verbände auch mit hohen Kosten für die Verbraucher und schreiben in dem Brief, Zitat, der Einbau einer neuen Gasheizung in der Hoffnung, diese kurz- oder mittelfristig mit klimaneutralem Wasserstoff betreiben zu können, ist mit immensen ökologischen und finanziellen Risiken verbunden. In vielen Fällen ist noch unklar, ob Wasserstoff wirklich eine Alternative für die eigene Heizung ist. Und ich kann es euch vorwegnehmen, es ist nicht der Fall. Es wird doch nichts dafür getan, damit das überhaupt realistisch kommen wird. Denn wenn hier solche Kosten auf die Anbieter, auf die Betreiber zukommen durch diese Anschlüsse, das wird doch keiner machen. Das ist doch absoluter Nonsen. Das wird doch niemand von denen machen. Und Wasserstoffheizungen sind in der Masse nicht umsetzbar, heißt es hier weiterhin. Und laut den Wissenschaftlern ist es nämlich keine Massentauglichkeit, die ergeben ist, dass der Betrieb mit reinem Wasserstoff nicht funktionieren wird. Denn bis dahin muss nicht nur das Wasserstoffnetz ausgebaut werden, sondern auch die Verfügbarkeit muss sichergestellt werden. Experten gehen allerdings davon aus, dass ab 2030 die Verfügbarkeit von Wasserstoff sinken und der Preis steigen wird. Wer jetzt auf eine Wasserstoffheizung setzt, könnte dann einen Preisschock erleben. Leute, es ist ein fadenscheiniges Argument und soll einfach nur so ein bisschen beruhigen und sagen, ja, aber Moment, ihr habt doch die Möglichkeit. Ich, der große Robert Habeck, der grüne Gott, der hat kein Problem. Das ist nicht schlimm, dass das jetzt kommt. Ihr habt doch die Möglichkeit, nutzt das doch. Dass die das nicht anbieten, da kann ich ja nichts für. Die hätten die Technologieoffenheit ja nutzen können. So sieht es aus, Leute. Schreibt mal eure Meinung unten rein.